Okay, das hat's nicht wirklich gebracht. Schade, das hat irgendwie gar nichts gebracht. Egal, wir sind jetzt relativ ausgeglichen. Boah, wenn ich mir sowas nicht mehr leisten würde, würde ich ihn längst geklatscht haben. Ah, beziehungsweise noch mit halb voller Leiste dastehen. So, spuck deine Kackvögel. Jetzt stirb doch. Junge! Stirb, stirb. Yes, endlich. Boah, meiner Güte. Das Schöne daran ist, anders wie bei den ersten Mega-Mann-Teilen ohne X, man hat nicht diese Assi-Stage, wo alles auf einmal ist. Also im Prinzip ja schon, aber weiß nicht. Und wir sind noch nicht gestorben. Ah, okay. So, so machen wir das. Ja, ich hab so einen Megasprung. Das Porno, oder? Komm, lass ein bisschen Energie fallen. Lass ein bisschen... Komm schon. Das ist nicht nett, was du tust. Was du tust, ist übrigens auch nicht nett. Was fällt dir ein? Ich benutze jetzt ein Safe-State. Stirb. Dankeschön. Okay, was ist das für ein Scheiß-Sprung. Angenehm. Ach, ach, das ist schön, das ist schön. So, nochmal, du. Ah! Ah, nochmal, ihr, nicht nur du. Und du hast Leben gedroppt und ich bin tot. Mal gucken, wo fange ich wieder an? Wo fange ich wieder an? Wie viel Leben habe ich noch? Schau mal. Hey, ich habe kein Leben mehr, aber dafür ist mein Leben voll. Ich bin wirklich safe-State am career. Ich kümmere mich jetzt einfach mal ein bisschen um meine Lebensressourcen. Da-da-da-da-da-da. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Angenehm. Megaman. Wie heißt du? Egal. Juckt mich überhaupt nicht, wie du heisst, langerig zu sein. Du machst Leben, das ist auch schön. Ah, ich habe ein Leben bekommen. Ah, ha, ha, ha. Ah, 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 an Kata. Wenn es nicht anders geht, dann halt so. Papp. Angenehm, du Wichser. Okay. Mit dem Springen habe ich es nicht so... Oh, Kuschelgubli und Jump'n'Run. Das ist so eine Sache für sich. Oh, noch mehr Leben. Na, du sollst oben lang. Flieg doch oben lang. So, genau. So fliegt... Mann, oben lang. Mach's doch mal deinem Kollegen nach. Megaschwuchtig. Hallo? Aber ich muss ihn von hinten nehmen. Ja, ich habe von hinten. Hallo? Dann halt nicht. So. Tod. 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 Also diese... Schwule, Fläger, muss. Das ist angenehm. Danke. Kuschelgubli. Okay. Geh mir nicht auf den Sack. Jetzt gehen wir mir... Hier schauen diese schwulen Fledermäuse auf den Piss. The most on the pissgoers. Geht heute an Flappi die Fledermaus. Hallo? Wollt ihr mich verarschen, oder was? Ja, ihr wollt mich verarschen. Ganz sicher wollt ihr mich verarschen. Ähm. Ich weiß, wie ich das handhabe. Ja, ja. Lustige Special Attack. Wenn die Gegner einem einfach zu doof kommen, oder meinen doof kommen zu müssen, drive du mal schön wieder zurück. Ist mir egal. Nicht wirklich viel da drin, aber ein Leben. Ein Leben passt. Energietank ist nicht so viel drin. Mal gucken. Welchen Gegner haben wir hier? Ich weiß gar nicht mehr, was stark gegen wen war. Das ist nicht gut. Oh, da ist ein Loch. Äh, was ist das? Äh. Das erinnert mich an I Wanna Be The Guy. Wie mal... Oh. Ah, in die Augen schießen. ach das ist ein auge was da fliegt sagt mir das doch dann hätte ich schon eher reingeschossen ich habe dich ausgetrickst das ist schön das schön ist schön aber hallo auge stirbt doch augen auge zahn und penis blablabla ich probiere es mal damit weil das fliegt zu dir hin sollte eigentlich zu dir hin fliegen macht das eigentlich schaden ich weiß es nicht das ist kacke das ist auch kacke das macht einen schaden hat das viel schaden gemacht ja das ging so da lasse ich noch mal mit mir drüber reden schade hätte ja klappen können ach gottchen was für ein scheißkampf egal ich habe noch ein leben das macht mich glücklich und ich kann das ding irgendwie nicht angreifen warum hast du jetzt rotes auge ein rotes auge und warum kommt das von da wieder wo ich es nicht sehen kann das kackt mich an a hat an 1 war natürlich spring noch mal rein das ist doch schön dies macht Spaß dies macht auch Spaß das macht auch Spaß das macht nicht so viel Spaß aus das macht auch mein Finger rutscht vom Controller so so na na die weg die einfach weg ok Pam 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 egal ah mein Finger rutscht schon wieder vom Controller oder auch Mensch das wäre jetzt aber auch zu schön wenn das mal klappen würde ne und nochmal der Spaß so was jetzt benutze ich den Storm Tornado hey das ist gut weil das ist ja so Everlasting und das ist noch einfach alles was ach auch äh ich doch mal ein bisschen Schmerzen mal gucken wie viel ist in meinem Tank drin ha ein Strich egal nicht egal ok äh ok ok im Storm ist noch was drin mein Electric Spark war toll ist aber leer mein Schielen da 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 mal gucken egal wir haben das Safe State ja trotzdem noch und äh das will ich nicht das will ich definitiv nicht wenn das ist mein Storm Tornado ja 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 du bist hässlich du bist sowas von hässlich und du machst viel zu viel Schaden so deine Nase ist hässlich Michael Jackson Nase Michael Jackson ist jetzt lange genug tot jetzt darf man Witze darüber reißen definitiv ok dein blaues Auge bewegt sich dein grünes nicht so jetzt werde ich deiner Nase wieder Schaden zufügen weil ich füge deiner Nase gerne Schaden zu und noch sind wir relativ ausgeglichen ok dein rotes Auge bewegt sich auch und das war jetzt unfair du hast mich zweimal getroffen ach stirb doch so wirst du Hurensohn so wirst du na 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 triff mich doch mal Nase triff mich hey steh ich total drauf was benutze ich denn jetzt ahm babababababababa Cutter benutze ich einfach mal na geh weg na na ok jetzt muss ich wieder Storm Tornado Storm Tornado habe ich gesagt na das war jetzt doof das tat weh darum sag ich ja was doof mal gucken was macht das für Schaden macht das viel Schaden macht das macht 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 ok Schaden macht nicht besonders viel Schaden macht aber ok Schaden so von hier müsste ich das treffen ha aus der Ecke treff ich's genau so wie dann Storm Tornado und gerade liege ich vorne das macht mir glückblick genau so wie gushes 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 machen wir auch glückblick glückblick äh blablabla blablabla chameleons Dings ha ich hab dein Auge kaputt gemacht hab dein Auge kaputt gemacht ich habe dein Auge kaputt gemacht ich bin Gott ich bin so einfach ich bin so einfach so deine Nase ist auch kaputt und du bist Geschichte oh die Dinger sind gerade runtergefallen ich dachte boah nicht mehr da reingefallen ah ich kann Sade nichts tun ha 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 ah ich hasse Affen Affen sind behindert wie eben gesehen haben Vögel finde ich auch scheiße und und na Katzen sind toll Katzen sind toll Katzen sind toll was ist denn noch toll Fische guppis 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 sind toll so und Untertitelung des ZDF für funk, 2017